ok hast du schon gedrückt nein ich schon mach mal jetzt guten tag habe ich auch gedrückt hallo und da sind wir wieder zu sinnlos in minecraft mit dem mc tommy d und mir ja also ich baue jetzt ich baue jetzt hier einen ziemlich geilen ein ziemlich geiles hexenhäuschen zum verzaubern glaube ich muss doch irgendwo creeper spawner sein das gibt es doch nicht naja der faden kommt da nicht rein so wie die hier rumfallen ich brauche ein paar zäune ein paar zäune und ein paar zäune und ich glaube holzstufen aber das muss ich dann erst mal gucken ich nehme ein paar mit ich muss erst mal zäune machen ich glaube du stirbst nein wenn du stirbst wenn ich das ziemlich werden das machen wir nicht wie das machen wir nicht so nicht nö ist nicht wieso also weil ich jetzt hier schon wieder 23 level habe und ja umso besser gewalt wieder weg das macht doch viel mehr spaß wenn man viele level verliert wobei du hast diamanten gefunden ne eben ne dann sterben wir lieber nicht interessant hier wachsen blumen in der höhle warum auch nicht so zack und hier das war falsch du blöder strunk hallo dahin ja feini so wenn ich jetzt hier da hätte ich mich jetzt aufgeregt wenn es nicht funktioniert nein ja ich probel hier gerade an zäunen rum die ich was im übrigen ziemlich witzig ausschaut jetzt fehlen mir aber zäune wo sind da das wasser wird von den von den zäunen verdrängt also da wo die zäune drinstecken ich muss mich gerade konzentrieren also in der höhle wo man da so fluchtartig raus sind ja da gibt es wohl noch einiges mehr wenn ich mir das hier alles so anguckt echt ist doch geil also wenn wir mal wenn wir mal lustig sind kann man wieder rein coole sache ähm ich gehe jetzt trotzdem erstmal wieder raus oh creeper zippum ne der hat mich gar nicht gesehen ich bin ja ich bin ja eine äh ich bin ja ein 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 meister der pirsch ein ninja ja kaching tot dem creeper so wo geht es denn hier wieder raus das kann ich doch nicht sagen ein bisschen lapis lazuli golderz golderz oh da komme ich nicht auf ähm warum ist da ein schaf das ist mir jetzt aber auch egal weil ich will also nein 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 bist du tot ja 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 joubt Lava schwimmen, um Zombie zu entkommen? Oh. Das ist aber unforderhaft, Domi. Du hast jetzt alles verloren, was du hattest. Ja, allerdings. Domi Sau hat mich runtergeschubst. Echt? Ja. Das ist aber traurig. Hm. 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 Dürfte ich anmerken, sollte ich mich irgendwann mal verzählen, bei dem Todes-Counter, macht mich da jemand drauf aufmerksam? Also vielleicht du, weil jemand anderem würde es wahrscheinlich nicht auffallen. Sagen wir mal, die Spinnen sind ja eigentlich alle verzaubert. Da hängt schon wieder eine vor der Tür. Aber was hat denn die für einen krassen Zauber? Dass die so blubbert? Was ist denn das? Das weiß ich dir auch nicht. Ich muss mal kurz das Mikrofon richten, es tut mir leid, wenn es gerappelt hat. Weil das sinkt ab. Der Ständer, den ich da hab, der ist auch nicht mehr der Beste. Ach, oh, ernsthaft? Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ja, mit dem Alter, ne? Ja, ja, sei still. Das sind... Das sind... Oh... Sind das Fichten? Äh, Eichen? Ich hoffe's. The fuck. The fuck? Was denn? Mein Bild flackert schon wieder. Vielleicht ist das immer in deinem Haus. Vielleicht ist da zu viel Stuff. Nee, das ist wie wenn, äh, der Fernseher ein Eingangssignal neu bekommt. Okay. Weil man dann oben auch immer, weißt du, HDMI 2 einblendet, bla bla. Ja, aber dann, äh, dann kriegt vielleicht echt deine Game Capture Card zu wenig Strom. Weil wenn die neu anfängt, dann ist das auch so. Also wenn die neu bootet, dann kommt das auch. Äh, keine Ahnung. Versuchst du jetzt eigentlich, dein Stuff wiederzukriegen, oder? Ja, bis ich da wieder unten bin und das gefunden hab. Ja, wie soll ich den kriegen? Ich bin in der Lava gestorben. Ach so. Und da war wahrscheinlich ein ganzer Lava See. Richtig. Auch schön. Gut, gut. Was hast du jetzt da alles unten liegen lassen? An wichtigen Sachen? Obsidian. Naja, gut. Was ist denn? Und zwei Diamanten. Zwei Diamanten, mein fast kaputtes Diamantschwert. Naja, okay. Also, es war zu verkraften. Diamantachst. Äh, Hacke, Spitzhacke. Aber es war zu verkraften. Also, war jetzt nicht irgendwie mega traurig. Aber es ist wichtig, es ist, also bis auf Diamantschwert, die zwei Diamanten und die Diamantspitzhacke, war jetzt ein bisschen Gold, ein bisschen Redstone. Ja, Gold, Gold, äh, habe ich irgendwie gerade noch überhaupt keine Verwendung dafür. Also, ja, komischerweise auf der Aufnahme ist die Flackerei nicht drauf, ne? Okay. Ein Apfel. Und ungefähr eine Trillion Setzlinge. Ähm. Ähm. Ja. Schönen guten Tag bei schöner Förstern. Ähm. Sie sehen hier, wie man eine Eiche fällt. Was? So chillier. Total spannend auch. Also, mach mal mal noch ein bisschen neuen Stoff. Ach, doch, aber, äh, ich finde, ich finde Pfeil, bei uns ist es doch schon ganz hübsch geworden. Schaut schon ganz ansehnlich aus. Hm. Ähm. Mal heißen Spitzhacke. Weißen. Schwert. Ich würde jetzt sagen, ähm, wir bauen das, äh, Hexenhäuschen aus Obsidian, aber ich glaube, das kann man niemandem antun. Oh, bis du so viel abgebaut hast, das ist ja pervers. Aber wäre cool. An sich ja. Weil das kriegt dann auch keiner kaputt. Ja. Nicht mal der behinderte Creeper. Naja, wobei, kriegt so ein aufgeladener Creeper das kaputt? Hat das schon mal jemand ausgetestet? Das weiß ich nicht. Sagt's uns. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Jetzt, äh, müsste sich automatisch der, dieser fünf Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest, Typ, ähm, melden. Ja. Melden. Wo ich mich immer wieder frage. Du bist jetzt aufgefordert. Wie, wie, wie der Typ, ja, jedes Mal wieder, ähm, neues Zeug findet, weil, mal ganz im Ernst, ähm, also so, äh, so viele Sachen, die man noch nicht wusste in Minecraft, die gibt's jetzt auch nicht. Ja. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre, wäre dieses Spiel voller Easter Eggs. Also, gut, wenn ich mal den Channel so manchmal so anschaue, dann... Schau, könnte man's meinen, ja. Ja. Ja, aber jetzt bin ich frustriert. Was, du bist frustriert? Was tue ich jetzt? Ja. Das kann ich ja jetzt auch nicht sagen. So, jetzt muss ich mal gucken. Das ist natürlich scheiße, dass der Weg jetzt wieder nicht... Naja, egal. Oh, und das Geflackert. Ich töte jetzt sein Pferd. Warum? Also, ne, dass ich was dagegen hätte, aber warum? Versuch doch lieber... Haben wir, haben wir eigentlich schon einen Sattel? Ich glaube nicht. Ja, äh, warum? Weil... 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 Weiß ich auch nicht. Sauber. Was sagt denn die Uhr? Siehst du das? Meine ist so weit weg. Ja, ne, weil mein Capture grad hängt. Dein Capture hängt? Was ist denn heute los? Gute Frage. Ich glaube, ich glaube, es ist beleidigt, weil es jetzt zwei Wochen nicht benutzt worden ist. Meinst du? Hm. Das ist doof. So, der... Ähm... Ja, vielleicht muss sie sich erst mal wieder eingrooven. Ja. Ey, ich kann nicht meine Treppe bauen, ohne dass irgendwas nicht passt. Das gibt's doch nicht. Ah. Das ist doch echt Wahnsinn. So. Mein Gott. Cool, ich hab mich grad selber gehört bei dir. Was? Bei mir? Ja. Okay, das ist aber scheiße. Äh, das heißt, wahrscheinlich ist alles zu laut. Aber egal. Da gibt's schöne Rückkoppelungen. Nein. Ähm... Was sagt deine Uhr? Warte, ich schau mal schnell. Ja. Ah, 14 Minuten, also fast 15. Jetzt sind's 15. Also wir könnten entweder jetzt eine Pause machen, was ich ganz okay fände, oder wir machen halt weiter. Fände ich auch, weil dann kann ich mal gucken. Ja, dann guck doch mal. Was sag ich? Äh, dann, ähm, schön, dass ihr zugeguckt habt, und schönen Dank fürs Zugucken weiterhin. Und schönen Dank für ganz viele Abonno... 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 Abon... Abon... Abonno... Abonomontisten. Und Abonomontistinnen. Und, äh, bis gleich auf der Endcard. Gott, wir schauen so identisch aus, das ist ja ätzend. Ähm... Winke, winke. Ciao, ciao. Hallo, hier zurück auf die Endcard. Und wenn ihr noch Zeit und Lust habt, klickt bitte dieses Video, wenn ihr unbedingt rausfinden wollt, was man da so machen kann. Und hier unten, noch bis zum Dienstag, brauche ich einige, einige Klicks. Das würde mir sehr, sehr helfen. Ihm da oben im Übrigen auch angucken fliegt. Ansonsten Däumchen, Comment, Facebook, bla bla. Viel Spaß am Wochenende. Ich bin dann ab morgen raus. Tschüss.